Mein Buch Ausgelöscht wurde vertont von Louis Proll. Unten findet ihr den Spotify-Link, aber es gibt es auch noch auf vielen weiteren Plattformen. Das Hörbuch ist über vier Stunden lang und schaut einfach auf eurer Lieblingsplattform nach, gebt einfach ein Ausgelöscht und Louis Proll und höchstwahrscheinlich werdet ihr es finden. Sonst hört es euch gerne auf Spotify an. Der Krieg zwischen den Städten Anderdorf und Mittelbach hatte jahrelang Opfer gefordert. Während sich in den ersten Wochen und Monaten keine stärkere Seite herausstellte, gewann Mittelbach letzten Endes die Oberhand und drängte Anderdorf immer weiter zurück. Der Grund des Streites, ein Missverständnis bezüglich des Handels, wurde mit der Zeit einfach vergessen. Auf Geheiß seiner Berater ordnete der Fürst aus Anderdorf an, die Bauern aus den umliegenden Ländereien in die Burg zu bringen. Jeder Junge, der stark genug war, eine Waffe zu tragen, wurde verpflichtet. Die Burg hielt sich wacker gegen die Streitkräfte aus Mittelbach, doch der Zustrom an feindlichen Kräften schien unendlich. Es gab Gerüchte über Pakte mit anderen Städten und über Söldner, die Mittelbach eingekauft hatte. Der Fürst schloss sich mit der Familie in seinen Gemächern ein. Er konnte den Anblick und den Geruch der täglich brennenden Leichen nicht ertragen. Die Alten und Kranken wurden nach unten in die Kerker gebracht, um sicher vor den Kämpfen zu sein. Jede Woche rief der Fürst seine Berater zu sich, aber bis auf ein paar Unterstützungen aus befreundeten Städten konnte nichts arrangiert werden. Als sich die Lage zuspitzte und es nur noch für Booten möglich war, die Stadt zu verlassen, drängte sich ein junger Berater eines Abends zum Gemach des Fürstens und klopfte. Er war weder lange Teil der Versammlung, noch hatte er oft während den Sitzungen gesprochen. Ein Diener öffnete ihm und nach Rücksprache ließ man ihn hereinkommen. Fürst, die Lage ist schlecht, doch ich kann es noch zum Guten wenden. Ich kenne Leute, die Pfeile, Bolzen und Essen besorgen können, sprach der junge Mann. Der Fürst war des Kämpfens längst müde geworden und wollte nicht diskutieren. Jede noch so kleine Chance wollte er wahrnehmen und alle anderen Berater hatten versagt. Ihr habt freie Hand. Noch am selben Abend erteilte er dem Berater alle nötigen Verfügungsmächte und schloss sich selbst einfach ein. Eine knappe Woche verging, bis der Berater zurückkam. Mein Fürst, die Burg ist verteidigt. Wir haben gesiegt. Glücklich kam der Fürst aus seinen Gemächern und atmete zum ersten Mal seit Monaten Luft des Friedens. Keine Stunde darauf holte er den Rat zu sich. Wir haben gesiegt, erklärte er. Im Allgemeinen war die Stimmung nicht besonders gut. Einer der Berater murmelte etwas. Worum geht es? sprach der Fürst ihn an. Doch zu welchem Preis, sagte ich. Der Fürst war verwehrt. Jeder Krieg fordert Opfer. Aber das ist bestialisch, sagte der Berater. Die Knochen der Alten und Kranken wurden zu Bolzen und Speerspitzen. Und die Nahrung, ja, das Fleisch, das ihr gerade esst, ist vielleicht das meines eigenen Vaters. Und auch wenn der junge Berater den Krieg gewonnen hatte, so wurde er doch im Morgengrauen auf dem Marktplatz erhängt. Er hängt. Herr Dimmick war Lehrer an einer kleinen Dorfschule in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Schüler waren allesamt Kinder und Halbstärke aus der Umgebung, denen er ein paar grundsätzliche Dinge beibrachte. Einfache Mathematik, etwas Lesen und Schreiben, nichts Besonderes. Eine Klasse war es, fünf Tage die Woche. Er bereitete die Schüler nicht auf eine Karriere als Akademiker vor, er versuchte ihnen nur genug beizubringen, dass sie niemand auf dem Markt übers Ohr hauen konnte. Die Schulregelungen waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr locker, insbesondere in den ländlichen Gebieten, aber wie bei jeder anderen Schule im Land auch, wurde ab und zu überprüft, wie die Verhältnisse stehen. Herr Dimmick war schon informiert worden, dass der zuständige Prüfer demnächst eintreffen würde. Anscheinend wäre heute der Tag seines Besuchs und da der Zug nur zweimal am Tag fuhr, konnte man auch gut abschätzen, wann er eintreffen würde. Herr Dimmick machte sich nicht wirklich Sorgen, vor fünf Jahren hatte er die Prüfung ohne Probleme überstanden. Marie, bitte rück dein Kleid nochmal zurecht und Heiko, bitte nenn die Hände aus den Außentaschen. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen. Sagte Herr Dimmick und ließ seinen Blick noch einmal über seine Klasse schweifen. Dann läutete die Türglocke draußen, der Prüfer. Heiko, bitte mach jetzt. Herr Dimmick warf der Klasse noch einmal einen prüfenden Blick zu, öffnete die Tür zum Flur, schloss sie wieder und ging dann langsam zur Eingangstüre. Das Häuschen bestand nur aus seinem Klassenzimmer, einem winzigen Büro, dem Flur und einer Toilette. Es war vermutlich eine der kleinsten Dorfschulen der Welt. Er lief weiter und öffnete dem Prüfer die Eingangstüre, einer Frau in den besten Jahren, die breit lächelte. Herr Dimmick, ist das richtig? Fragte die Frau und Herr Dimmick nickte, leicht verwirrt eine Frau vor sich zu haben. Normalerweise war er immer von Männern überprüft worden. Mein Name ist Silbler, Marlene Silbler. Ich komme von, ach, Sie wissen ja von meinem kleinen Besuch. Sie machte eine kurze Pause. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Er kratzte sich am Kopf, darauf war er nicht vorbereitet. Nun ja, ähm, gut, gut, sagte er, leicht geistesabwesend, immer noch verwirrt über die Frage. Na dann, lass ich mich mal überraschen. Laut den Unterlagen ist es ja nur eine Klasse. Aber mein Glückwunsch, es ist wirklich ruhig hier. Damit haben viele Lehrer Probleme. Ich denke, ein bisschen Autorität könnte helfen. Sicherlich, sicherlich. Die jungen Lehrer haben ja damit oft zu kämpfen. Herr Dimmick nickte zustimmend. Ich habe mich etwas gewundert, als man mir mitteilte, vorbeizuschauen, wie sie noch genug Schüler zusammenbekommen haben, nachdem die Truppen hier eingefallen sind. Es soll ja ein Massaker gewesen sein. Herr Dimmick war verwirrt, davon wusste er nichts. Höchstens dunkel, ganz weit hinten. Die Prüferin schien einem Gerücht oder sowas in der Art aufgesessen zu sein. Bringen wir es hinter uns. Ich denke, hier wird schon alles korrekt sein. Herr Dimmick öffnete die Türe und ließ die Prüferin herein. Sie begann mit einer kleinen Begrüßung, brach jedoch mitten im Satz ab und ließ ihren Stapel Papiere fallen. Skelettierte Körper saßen aufgerichtet auf den Stühlen, den leeren, toten Blick zur Tafel gewandt. Heiko, du solltest auch die Hände aus den Hosentaschen nehmen, sagte Herr Dimmick, während die Prüferin erstarrte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du fährst jemanden besuchen, einen entfernten Verwandten, vielleicht einen alten Freund, eine kurze Bekanntschaft, ein Anruf, man sollte sich wieder treffen. Du hast zwar ein Gesicht vor Augen, aber es ist mehr schwammig als wirklich real. Erinnerungsbruchstücke kannst du kaum zusammensetzen. Zumindest ist ein Termin ausgemacht und du machst dich auf, um eilig dorthin zu fahren. Es regnet und blitzt in weiter Ferne, aber du machst dir keine Sorgen, denn du bist sicher in deinem Auto. Es ist nicht leicht, das Haus zu finden. Die Beschreibung der Strecke ist mehr schlecht als recht. Du verfährst dich häufig und so kommt es, dass du viel zu spät in der Stadt oder in dem Dorf angelangt bist, als dass es noch richtig wäre, jemanden zu besuchen. Du schläfst in einem kleinen Zimmer, was du für die Nacht noch anmieten konntest. Wärst du einige Minuten später erschienen, wäre für die Nacht abgeschlossen gewesen. Ein wenig Glück hast du. Das Zimmer ist nicht nach deinem Geschmack, aber es lässt sich aushalten, zumindest für eine Nacht. Irgendwie ist es unangenehm. Der Grund, weshalb du herkommst, erscheint dir irrelevant. Insbesondere, weil die Fahrt so lang war. Jemand, den du nur schwer in deine Erinnerungen zusammenschustern kannst, hat dir eine lange Reise aufgebürdet. Du schläfst lange, stehst mittags auf. Unten an der Rezeption fragst du nach dem Namen, den du mehrmals aussprechen musst, da er immer wieder falsch zu sein scheint. Jedes Mal nickt der Mann hinter der Theke und beschreibt dir den gleichen Weg. Es ist ein wenig abseits, aber dank der Beschreibung findest du das Haus. Du zitterst, es ist kälter als vorhin. Das Haus ist verfallen, wirkt irreal. Als wäre es nachträglich eingefügt worden, wie auf einer Fotomontage. Müde klopfst du an, niemand ist da. Die Tür ist angelehnt und du trittst ein. Doch hier scheint schon lange niemand mehr gelebt zu haben. Doch trotzdem wirkt das ordentlich. Du fährst zurück nach Hause, die Fahrt geht schneller. Du bist wieder in deiner Wohnung. Es ist staubig geworden und das Sonnenlicht wird anders als sonst im Fensterglas gebrochen. Du räumst etwas auf, auch wenn du niemanden erwartest. Machst dich zurecht, kämmst dir die Haare und lächelst. Noch schnell telefonierst du, bevor du schließlich gehst. Irgendetwas ist zu tun. Als du den Raum verlässt, lässt du die Tür aber einen Spalt offen. Im Flur kannst du noch hören, dass jemand an deine Tür klopft und eintritt. Als ich auf meinem iPhone die Uhrzeit ablas, wusste ich ganz genau, was auf mich in den nächsten Minuten zukommen würde. Es war immer dieselbe Scheiße. Ich zog nochmal an dem Joint und reichte ihn dann zu Lars, der anscheinend gerade mit irgendeinem Girl schrieb. Er sah kurz auf, nahm den Joint und ich ließ mich tiefer in die Couch sinken. Die Kerl, lass morgen doch Goa gehen. Nee, Alter. Voll stressig. Miguel, wir waren seit Monaten nicht mehr da. Vor drei Wochen waren wir da. Wir müssen auch mal wieder raus, bewegen, bisschen abgehen, irgendeine Klar machen, lies das. Ich seufzte. Du musst eh wieder eine bumsen. Wie lange ist das letzte Mal her? Komm, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Er reichte mir den Joint wieder rüber und ich zog daran. Die Sommerferien, bevor die Uni losging und ich hatte einfach auf nichts mehr Bock. Kiffen und Zocken, bisschen Sprayen gehen, das musste reichen. Zugezogene Jalousien als Lifestyle. Und Lars hatte nichts Besseres zu tun, als mich jede Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Scheiß-Goa zu nerven. Wer konnte sich diese Scheiß-Musik, ohne drauf zu sein, überhaupt geben? Dann mach halt keine klar, aber Dicker, komm. Ich geb auch bisschen Kokos, wenn du holen gehst. Ich überlegte. Ja, okay. Ich zog an dem Joint und machte ihn dann tot. So ein Scheiß. Nice, Dicker. Lars freute sich. Ich baute noch einen. Es war kurz vor zwölf, als ich aufwachte. Ich brauchte einige Sekunden, um mich zu orientieren. Lars war schon weg. Er wachte meist mega früh auf. Ging dann nach Hause, duschte, wichste wahrscheinlich. Dann kam er abends wieder und wir chillten zusammen. Warum auch immer. Dani, ein anderer Kollege, war jetzt auf so nem Healthy-Trip. Nicht mehr kiffen, nicht mehr saufen. Nuckelte nur noch an seiner E-Zigarette wie so ein Spast. Und sonst waren da ja nicht wirklich viele. Klar, die Leute, wo ich holen ging, aber mit denen wollte ich nicht chillen. Wer mit Dealern chillte, war eh nicht mehr zu retten. Ich ging in Boxershirts runter ins Wohnzimmer. Meine Mutter malte irgendwas, konzentrierte sich voll auf ihre Künstlerkarriere, seit sie keinen Bock mehr auf Papa hatte und wir durch den Unterhalt gut versorgt waren. Wie läuft's? Sie murmelte nur etwas, sah kurz auf und dann wieder aufs Bild. Ich ging in den Kühlschrank und holte mir eine Dose Cola heraus, öffnete sie. So konnte es eigentlich bleiben. Einfach weiter chillen und mit 27 irgendwo runterspringen. Scheiß Abitur. Und Studium würde bestimmt genauso behindert weitergehen. Ich stapfte wieder nach oben und baute mir ein. Juckte ja auch keinen. Auf dem Tisch vor der Couch lag ein Hunderter. Für das Kokain. Eigentlich hatte ich keinen Bock drauf, weil ich echt mies Sorge hatte, davon abhängig zu werden. Aber andererseits kaufte ich mir ja nichts selber. Ich rief den Ticker an und machte aus, dass ich um 15 Uhr da wäre. Es war 21 Uhr, als mich Lars anrief und sagte, dass er vor der Tür stand. Er klingelte nie, war ihm irgendwie unangenehm. Ich ging runter und machte auf. Er grüßte kurz meine Mutter und dann gingen wir hoch. Ich hatte schon eine ziemlich fette Lein bereitgelegt auf so einem Schminkspiegel, den mal meine Ex hier gelassen hatte. Dann eben lag ein Sanifair-Bong und das noch gut gefüllte Tütchen. Gönn dir. Ich mach mir gleich nochmal eine Lein. Ehrlich? Hast du keinen Schein? Ist doch voll egal. Freu dich doch. Ich musste mich mit dem Dummgelaber vom Ticker rumschlagen. Er zuckte mit den Schultern, holte einen Zehner raus, setzte sich auf die Couch und zuck die Lein weg. Langsam, als würde er einen scheiß Eiskaffee mit der Nase probieren. Dann setzte er sich wieder auf, hielt das eine Nasenloch zu und zuck nochmal hoch. Scheiße, brennt Dicker. Ja, brennt halt. Ich setzte mich zu ihm und machte mir auch eine Lein fertig. Wir rauchten noch schnell einen Joint, Lars legte sich noch eine Lein und dann fuhren wir mit dem Bus zur Goa-Party. Weder ich noch Lars konnten richtig still sitzen. Jetzt hatte ich tatsächlich auch Bock, bisschen zu tanzen, nicht auf einer Goa-Party, aber es war nicht so schlimm wie sonst. Fast tat mir meine Reaktion leid. Durch die Fensterscheiben konnte ich schon die Party sehen. Alles war hell geschmückt und man hörte den Bass bis hierher wummern. Wir stiegen mit ein paar weiteren Nachzüglern aus und liefen auf das Gelände. Beim Eingang zahlten wir und wurden lax kontrolliert und dann ging's rein. Ins Lichtermeer. Schweißgeruch. Es war so laut, dass es keine Chance auf ein Gespräch gab. Aber Lars hatte seit Beginn der Busfahrt sowieso nichts mehr gesagt. Wir tanzten ein bisschen. Lars blieb aber manchmal einige Minuten stehen, starrte in die Luft, während um ihn herum sich alles bewegte. Komplett surreal. Aber das war mir egal. Ich holte zwei Wodka eh und gab ihm einen. Dann ging ich woanders hin. Ich wollte einfach irgendwie das Beste aus dem Abend machen. Jetzt, wo ich schon mal hier war. Irgendwann tanzte ich mit einer, die extrem viele Piercings in der Fresse hatte und hatte Bock, sie zu ficken. Aber dann ging ich doch weg, weil ich keine Lust hatte, dann irgendwann mit ihr draußen zu reden. Die Leute hier waren alle behindert. Quatschten einen zu mit ihrem spirituellen Scheiß und so. Erzählten von Energie und sowas. Das war schon so gewesen, als wir uns mit 16 hier reingeschmuggelt hatten. Lars hatte ich komplett aus den Augen verloren. Aber wie lange schon? 20 Minuten? 30? Länger. Ich suchte nach ihm. Zwischen den ganzen Leuten auf der Tanzfläche. Am Rand. Mittendrin. Aber er war nirgendwo. Auch draußen nicht, wo sich die ganzen Raucher trafen und über Gott und die Welt redeten. Ich rauchte eine und sah auch draußen auf dem Gelände herum, aber konnte ihn nirgendwo entdecken. Ich rief ihn an. Klingelte bis zur Mailbox durch. Ich drückte die halb gerauchte Kippe im Aschenbecher aus, ging auf die Toilette. Das war so der letzte Ort, wo er sein konnte, wenn er sich nicht irgendwo hin verpisst hatte. Und da fand ich ihn auch. Offene Toilettentür. Er lag angelehnt an die Wand, vollkommen bleich, das Shirt vollgekotzt. So hatte ich ihn noch nie gesehen. In der Kabine daneben hörte ich wie in einer Nase wegrotzen. Die scheiß Wände atmen. Ich fühl mich richtig scheiße. Der scheiß Boden. Hast's halt bisschen übertrieben. Er sah mich an und er sah entsetzt aus, aber war trotzdem zu schwach, um wirklich Kraft in irgendeines seiner Worte zu legen. Dein Gesicht schmilzt. Mir geht's gut. Du bist nur drauf. Du hast's einfach ein bisschen übertrieben. Ich half ihm hoch und wir verließen den Schuppen. Der Security-Typ am Ausgang beäugte uns kritisch, als wir rausgingen, sagte aber nichts. Wir gingen vom Gelände runter zur Bushaltestelle. Hier fuhr gar nichts mehr. Wir müssten entweder noch sechs Stunden warten oder laufen. Lars saß neben mir auf der Bank, starrte mit halboffenen Augen irgendwo hin und brabbelte irgendwas. Dann plötzlich sah er mich ganz genau an. Durchdringend. Urteilend. Dann wieder nach vorne, ließ sich nach hinten sinken und schloß die Augen. Das war sowieso besser. Sollte der erst mal schlafen. Ich spielte auf meinem Handy und rauchte ein paar Kippen. Nach einer ganzen Zeit wollte ich Lars wecken und langsam losgehen, denn es wurde etwas kalt. Ich rüttelte an seinem Arm, aber er rührte sich nicht. Lars, steh auf. Komm jetzt. Ich rüttelte weiter. Nichts zu machen. Lars, komm jetzt. Ich ging näher zu ihm hin. Keine Atemgeräusche. Sein Brustkorb hob sich auch nicht mehr. Er war tot. Mein Herz raste. Was sollte ich jetzt tun? Ich schaute nach, ob ich noch irgendwo Drogen bei mir hatte, aber da war nichts. Ich rief den Krankenwagen, aber Lars war schon tot gewesen, bevor ich angerufen hatte. Die würden auch nichts machen können. Das hatte ich nicht gewollt. Ich hatte neben dem Kokain ein bisschen Angeldust geholt und ihm die Laien vorgelegt, damit er einen Horror-Trip schiebt, aber einfach, damit er mich nicht mehr mit irgendwelchen Partys und Weggehen nerven würde. Ich hatte nicht gewollt, dass er stirbt, aber letzten Endes... Die Sirenen kamen und die Sanitäter versuchten, ihn zu retten. Polizei wäre auch auf dem Weg. Ich löschte ein paar Bilder und Nachrichten auf meinem Handy. Ich legte mir meine Aussage zurecht. Ich hatte keinen Bock, dass die mich irgendwie dafür verantwortlich machten. Ich wollte einfach nur nach Hause, einbauen und zocken. Scheiße. Wenn das Ganze durch war, würde mich zumindest niemand mehr nerven. Und das war ja auch was wert. Sabine besuchte ihre Großmutter. Nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben waren, war ihre Großmutter das einzige Familienmitglied, das noch lebte. Sie kam jeden Tag, putzte ein bisschen, wechselte ein paar Worte mit ihr, aber eigentlich nur, weil ihre Großmutter ihr jedes Mal einen 50-Euro-Schein zusteckte. Das war besser als ein richtiger Job. An einem Samstag klingelte Sabine. Niemand öffnete. Das kam schon mal vor. Sie nahm den Schlüssel. Sie öffnete die Tür und hörte ihre Großmutter stöhnen. Die Filme drehten sich ja nicht von selbst und von der Rente konnte niemand leben. Sabine wischte etwas Staub und wartete, bis die beiden fertig waren. Keine fünf Minuten danach verschwand ein Mann in den Fünfzigern durch die Tür, ohne ein Wort mit Sabine zu wechseln. Und dann hörte sie wieder ein Stöhnen. Aber es war anders. Sabine runzelte die Stirn und ging ins Schlafzimmer. Dort lag ihre Großmutter, nackt, hielt eine Hand auf ihr Herz und zeigte auf das Telefon. Sie konnte offensichtlich nicht mehr sprechen. Sabine wartete. Das würden viele Fünfzig-Euro-Scheine sein. Ich bin Pfleger bei einer Anstalt unweit meiner Heimatstadt. Wir haben hier alles. Depressive, Schizophrenie, Drogenpsychosen etc. Das volle Programm eben. Es ist nicht wie in diesen Horroranstalten, wie man sich das immer vorstellt. Also klar gibt's manchmal Körperverletzung, Selbstverletzung und selten auch Suizidversuche. Aber richtig aggressiv sind die alle nicht. Zumindest ist seit 50 Jahren niemand mehr so gestorben. Es ist ein großes Gelände. Wirklich sehr schön. Alle Wege abzulaufen kostet einen bestimmt fast eine Stunde. Es ist wirklich riesig. Es ist keine Privatklinik. Dort würde ich auch nicht arbeiten. Ich halte nichts von einer Zweiklassenmedizin. Die Klinik lebt von großzügigen Spenden einiger reicher Bewohner. Und je mehr Spenden reinkommen, desto schöner und größer wird das Gelände. Und dann kommen mehr Spender. Und naja, desto mehr Spender kommen, desto größer und schöner wird das Gelände. Dann kommen mehr Spender und so weiter. Einfache Rechnung. Zumindest erklärte man mir das so. Das Einzige, was mich immer wieder wirklich verärgert, ist, dass viele Verwandte und Freunde die Kranken nicht gut behandeln. Sie wissen schon, besuchen sie nur alle paar Wochen, manchmal über Monate gar nicht und fertigen die Kranken ab, bleiben eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe und dann ist das Gewissen beruhigt. Das hält dann wieder ein paar Wochen vor, bis man dann eben wiederkommt. Klar, ich kann das irgendwo verstehen, das ist nicht einfach, es kann Menschen auffressen. Aber viele fangen auch nach kurzer Zeit an, meist nach nicht mal einem Jahr, Häuser, Grundstücke, Wertsachen zu verkaufen. Kriegt man ja immer mit. Entmündigungen und sowas gibt es hier am laufenden Band. Viele Kranke werden auch unter Druck gesetzt. Zum Beispiel ein Patient hatte ein Haus mit seiner Ex-Frau, in welchem er wohnte, aber was sie unbedingt verkaufen wollte und dann die Krankheit genutzt hat, um ihn unter Druck zu setzen. Natürlich ist es nicht einfach, aber trotzdem, das wirkt immer so, als wäre der Gedanke an Heilung längst aufgegeben. Vor allem, wie man sich sicherlich denken kann, ist so ein Verlust des Hauses, selbst wenn man schon einige Zeit nicht mehr darin wohnt, immer eine schlechte Sache für die Gesundheit, die Genesung. Nicht alle Verwandten sind so. Es gibt natürlich auch sehr viele, sehr nette Menschen, die die Kranken jede Woche besuchen, mit ihnen sprechen, sich Zeit nehmen und sie versuchen, möglichst nicht zu belasten. Aber ich denke, die unfreundlichen, unangenehmen Menschen bleiben einem wohl leider immer fester in Erinnerung. Zum Beispiel eine unserer Patientinnen, Sarah Malin, stark schizophren und wurde hier vor ein paar Jahren eingeliefert. Armes Ding, quasi keine lebenden Verwandten, nur ein Cousin, der sie aber in den rund zehn Jahren, die sie hier lebte, nur zweimal besucht hat. Warum, weiß ich nicht, wahrscheinlich musste irgendwas verkauft werden. Sarah Malin ist vor ein paar Wochen verstorben. Ihr Herz blieb einfach stehen. Ein Herzinfarkt. Ich kann mich wohl so gut an sie erinnern, weil sie an dem Tag eingeliefert wurde, an dem ich eingestellt wurde. Naja, nicht nur das. Sie war lange Zeit ruhig. Ich beaufsichtigte sie häufiger, als ich müsste, nahm mir etwas mehr Zeit für sie als für andere Patientinnen. Nicht, weil sie am ersten Tag eingeliefert wurde und auch nicht aus einer sexuellen Anziehung, was, wie ich anmerken darf, nicht so selten vorkommt, sondern weil sie eigentlich nur Fernsehen schaute. Und wenn sie nicht gerade Fernsehen schaute, las sie. Sie war pflegeleicht, vor allem, da sie nie ein Wort sprach und das war immer eine gute Möglichkeit für mich, Pause zu machen. Ihr Tagesablauf war die ersten acht Jahre immer gleich gewesen. Morgens um sieben aufstehen, lesen und fernsehen, Mittagessen, spazieren, lesen und fernsehen, Abendessen, lesen und fernsehen. Dann ihre erste und einzige Zigarette und dann schlafen. Vielleicht rauchte sie auch heimlich, sie durfte ja raus aufs Gelände ohne Begleitung. Einmal in der Woche sogar vom Gelände runter, aber das nahm sie selten in Anspruch. Vor zwei Jahren dann, ich weiß nicht warum, fing sie plötzlich an hysterisch zu werden, hatte Angstzustände, hörte auf zu fernsehen und schrie immer wieder eine Zahl, 47. Es fing an, nachdem sie ein Buch von Thomas Wojnisch mit dem Namen Das Ende in einem kleinen Buchladen am Rande der Stadt gekauft hatte. Sie hatte es erst ganz normal gelesen, blätterte dann aber immer öfter hektischer darin herum. Auch als sie ruhig gestellt wurde, las sie immer noch in diesem Buch, sie schrie nicht mehr, murmelte nur noch ab und zu, immer wieder diese Zahl, 47. Vorher hatte sie gar nicht gesprochen und zu sprechen schien ihr große Kraft zu kosten. Es wurde mit den Monaten immer besser und vor drei Monaten bekam sie gar keine Beruhigungsmittel mehr. Immer noch das Buch in der Hand. Sie wich allerdings immer öfter von ihrem Tagesablauf ab, bestellte sich ein paar Kleinigkeiten über das Internet, was halt mit dem kleinen Budget möglich war. Sie aß auch viel mehr, nahm recht schnell in der kurzen Zeit zu. Ich kann mich noch an ihren letzten Tag erinnern, besser an ihren letzten Abend, denn da hatte ich Schicht. Sie weinte die ganze Zeit und zeigte immer wieder auf die Essenstafel. Es war Pfannkuchentag, aber aufgrund eines Lieferungsfehlers musste der Tag verschoben werden. Sie weinte so sehr, ich hatte noch nie eine Frau so weinen gesehen und immer wieder zeigte sie auf die Tafel, sagte natürlich nichts, denn bis auf die 47 war sie ewig stumm geblieben. Es wirkte wirklich, als hätte ihr Leben davon abgehangen. Ich beschloss deshalb noch Pfannkuchen zu holen in einem Restaurant. Keine Ahnung warum, irgendwie hatte mich das berührt. Doch als ich zurückkam und in ihr Zimmer wollte, fand ich sie. Tod. Herzinfarkt. An der Wand war noch groß eine 47 gemalt worden. Man gab mir die nächste Woche frei und als ich die Tage wiederkam, händigte mir ein anderer Pfleger das Buch aus. Thomas Wojnisch. Das Ende. Sie hat es dir vererbt. Ich war verwundert und fragte nochmal. Ja, sie wollte, dass du es bekommst, siehst du? Sagte der Pfleger und zeigte mir irgendeinen Wisch von einem Notar. Ich nahm das Buch dann abends mit nach Hause und las mich ein wenig ein. Die Sätze machten oft keinen Sinn, teilweise waren es nur Wortfetzen und ich fragte mich, wie jemand so etwas schreiben konnte und vielmehr noch, wie jemand so etwas lesen konnte. Vielleicht war es irgendein zeitgenössischer, unverständlicher Quatsch, der als besonders intellektuell galt. Ich legte das Buch dann zur Seite, erst mal ohne weiter darüber nachzudenken. Das ist nun ein paar Wochen her und ich musste, heute als ich mir gerade Pfannkuchen zum Frühstück machte, wieder an Sarah Malin denken, wie sie immer und immer wieder 47 schrie und später die Zahl 47 murmelte. Und plötzlich fuhr mir ein seltsamer Gedanke durch den Kopf. Ich kehrte zurück, packte Stifte und Papier und machte mich dann an dem Buch zu schaffen und dann erkannte ich es. Als ich jedes 47. Zeichen herausschrieb, bildeten sich die Worte Sarah Malin stirbt am 5.02.2014 an Herzinfarkt. Zitternd legte ich das Buch weg, war verwirrt und tausende Gedanken stolperten kreuz und quer durch meine Gehirnwindungen. Das konnte nicht real sein, das durfte nicht real sein. Dieses Buch konnte unmöglich ihren Tod vorausgesagt haben. Und dann, dann packte mich eine schreckliche Neugier. Ich muss sagen, ich hatte es längst gefühlt. Doch trotzdem traf es mich wie ein Schlag, als ich jedes 48. Zeichen herausschrieb. Wir sind Freunde, sage ich mir noch einmal. Freunde tun sowas füreinander. Und natürlich ist das so. Doch trotzdem nervt es mich. Ich habe Dominik seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber das ist völlig normal für uns. Wir bleiben Freunde, daran ändert die Zeit nichts. So ist es seit unserer Jugend gewesen. Letzte Woche hat mich seine Mutter besorgt angerufen, weil Dominik das Haus seit Monaten nicht verlassen hat. Ich soll nun nach ihm sehen, denn er öffnet ihr die Tür nicht. Dominik ist nie der Typ gewesen, der viel rausgeht. Er sitzt zu Hause und arbeitet am liebsten an irgendwelchen Computerspielen, was auch völlig in Ordnung ist. Wenn er sich mal nicht meldet, ist das kein Drama und wenn ich mich mal nicht melde, habe ich kein schlechtes Gewissen. Irgendwann ruft einer von uns an und dann treffen wir uns. So ist das schon immer gewesen. Er lebt seit knapp vier Jahren in einem kleinen Haus, welches er sich von seinen Gewinnen gekauft hat. Ich biege in die Vorstadtstraße ein und halte vor dem Häuschen. Ich wollte anrufen, aber ich habe nur die Mailbox erreicht und seine Telefonnummer von zu Hause kenne ich nicht. Ich steige aus und sehe, dass Dominik aus dem Fenster schaut und breit lächelt. Ich habe Sorge gehabt, dass er abweisend sein wird, aber anscheinend habe ich Glück. Er braucht wohl einfach einen Freund, der ihm aus einem kleinen Loch raushilft. Er öffnet die Haustür und scheint nervös, als ich hereinkomme. Hey, wie geht's? Er sagt nichts, sondern lächelt nur. Ich kann seinen Blick nicht richtig deuten. Wir haben uns scheißlang nicht mehr gesehen. Ja, keine Ahnung. Viel zu tun, viel zu tun. Ich nicke. Willst du dich setzen? Ich kann Kaffee machen, wenn du möchtest. Klar, gern, sage ich und folge Dominik ins Wohnzimmer. Es ist nicht schön anzusehen. Überall liegen aufeinander gestapelte Pizzaschachteln herum, daneben Wasserflaschen und viele andere Verpackungen. Alles ist irgendwie geordnet, aber es ist so viel Müll. Ach, scheiße, Dominik, was ist hier passiert? Warum der ganze Müll? Ich blicke kurz nach draußen und sehe, dass in seinem kleinen Garten noch viel mehr Müll liegt und dort verschimmelt. Fuck, Dominik, du musst den Müll doch richtig rausbringen. Er ist gerade dabei, das Kaffeepulver in die Maschine zu füllen und schaut zu mir. Was zum Teufel isst du überhaupt? Nur noch Pizza? Ich lasse mir alles liefern, zahle es im Internet und ziehe es dann rein. Er sagt das neutral, ohne Charme, zeigt auf einen Stock neben der Tür, den er wohl zum Reinziehen nutzt. Er sieht traurig aus. Ich denke über unsere Freundschaft nach und an das Gespräch mit seiner Mutter. Ich fühle mich nicht gut dabei, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt handeln muss. Okay, Dominik. Also, deine Mutter hat mich angerufen, weil du seit Monaten das Haus nicht verlässt. Ich weiß, dass das nicht einfach wird, aber wir gehen jetzt raus. Sein Blick ist trocken. Er verzieht keine Miene. Ich kann nicht. Ich habe keine Lust zu diskutieren, will einfach, dass er mitkommt. Jetzt komm schon. Er sieht mich nur an. Dominik, komm jetzt mit. Wirklich. Ich kann nicht. Wiederholt er. Ich stöhne innerlich auf. Dominik, wirklich. Er sagt nichts. Ich gehe zu ihm hin und packe ihn am Arm. Wir gehen jetzt raus. Du kannst nicht ewig hier drin versauern. Plötzlich ist sein Gesicht durchsetzt von Angst und er wehrt sich. Aber ich ziehe ihn weiter. Bitte, ich kann nicht. Vielleicht ist es irgendeine Phobie, denke ich, und ziehe ihn an den Pizzaschachteln vorbei zurück zur Haustür. Er wehrt sich etwas, aber ich bin schon immer der Stärkere gewesen. Ich öffne die Tür und versuche ihn hinauszuschieben, aber als er die äußere Welt berührt, wird er zurückgeworfen. Was war das? Er rappelt sich langsam auf. Ich kann nicht raus. Keine Ahnung. Was zum Fick ist das? Warum kannst du nicht raus? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann seit Monaten das Haus nicht verlassen. Scheiße, vielleicht durch die Fenster oder so. Nein. Jedes Mal, wenn ich raus will, werde ich wieder reingeworfen. Als würde die Welt nicht wollen, dass ich hier rausgehe. Du musst die Polizei oder so rufen. Das habe ich schon mehrfach probiert. Es bringt nichts. Scheiße. Ich hole Hilfe. Wir kriegen dich hier raus. Ich versuche, aus der Tür zu laufen, aber als ich das Haus verlassen will, werde ich auch zurückgeworfen und mein Körper wird von einem ziehenden Schmerz durchzogen. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dominik starrt nur auf dem Boden. Das ist die Hölle. Ich lasse den Blick über das Zimmer schweifen, welches von meinem inneren Auge kleiner wird, je länger ich es betrachte. Warum hast du mich nicht gewarnt? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich wegbleiben soll? Keine Ahnung, als du da standest, ich... Scheiße. Ich habe mich einfach so allein gefühlt. Ich wollte nicht mehr allein sein. Ich wusste nicht, dass du auch gefangen sein wirst. Natürlich bestand die Möglichkeit und... Ach, keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich spucke nur auf dem Boden und wir sehen uns lange an. Ich kann nicht mehr. Ich wollte einfach, dass ein Freund bei mir ist. Wir sind keine Freunde mehr. Als ich zum ersten Mal vor dem Gebäude stand, hatte ich schon ein Scheißgefühl. Nicht nur, weil ich außer Atem war, da ich den ganzen Weg ziemlich zügig gelaufen war, sondern auch, weil das ganze Haus eine merkwürdige Präsenz hatte. Die riesigen Glaswände der Großraumbüros waren mir schon immer unangenehm gewesen. Ich hatte mich auf eine Internetanzeige hin beworben, die jemanden suchten, der eines der Büros ausräumen sollte und einen Computer auseinanderbauen konnte. Nicht die Möbel sollten wegkommen. Es ging vor allem um Daten. Akten, Festplatten, Papiere. Alles, was irgendwelche Informationen beinhalten konnte. Nach einem kurzen Telefonat hatte man mir einen Schlüsselbund, eine Plastikkarte, um zu allem Zugang zu bekommen, ein Aktenvernichter, etwas Werkzeug, um sich der Daten auf den Festplatten zu entledigen und Instruktionen für all das per Post gesendet und sich telefonisch noch einmal vergewissert, dass ich es heute bis exakt 20 Uhr erledigen würde. Es war früher Nachmittag und die Sonne knallte herunter. Eigentlich hätte ich zehn Stunden für die Arbeit einplanen sollen, aber ich hatte verschlafen. Als ich aufgewacht war, hatte ich so schnell wie möglich eine große Kiste geschnappt und die ganzen Instrumente zur Datenvernichtung zu Hause gelassen, um etwas Zeit zu sparen. Nur einen Schraubenzieher hatte ich noch dabei, um die Computergehäuse aufzuschrauben. Nachdem ich nach kurzer Zeit den richtigen Schlüssel am Schlüsselbund gefunden hatte, schloss ich das Gebäude auf und es war klar, dass hier seit Monaten niemand mehr gewesen war. Der Empfang war staubbedeckt und die Glasfronten des Hauses waren schmierig, wenn man genauer hinschaute. Ich sah mich nicht lange um, sondern nahm die Treppe neben dem Empfang und ging ins erste Geschoss, wo zwei Glasschiebetüren auf mich warteten. Die sich erst öffneten, als ich die Plastikkarte auf einen Sensor legte. Dahinter machte sich ein gigantisches Großraumbüro breit. Totenstill. Jeder Schreibtisch acht Stunden Leben. Jeden Tag. Und dann nichts mehr. Jeder einzelne Tisch war exakt gleich ausgerüstet. 4 zu 3 Monitor, ein kleines Computergehäuse auf dem Tisch, eine Maus samt Mauspad und eine Tastatur. Ich ging zu dem mir am nächsten gelegenen Schreibtisch und sah mir den Computer genauer an. Pentium 4 Prozessor, Windows XP Sticker, VGA Kabel. Das Büro war wahrscheinlich wirklich schon lange nicht mehr in Benutzung gewesen. Warum dann die Eile? Kam jetzt irgendein Gerichtsvollzieher oder sollte das Büro freigemacht werden für eine neue Firma? Aber warum sollte ich dann nur die Akten vernichten? Es konnte mir auch egal sein. Ich lief durch die Reihen und es war überall exakt gleich. Neben den immer gleichen Reihen gab es ein paar angrenzende Räume. Kleine, verglaste Büros, in denen andere Computer, Aktenschränke und größere Schreibtische standen. Wie sollte diese eine Kiste bitteschön reichen? Wie hätten überhaupt zehn Stunden reichen sollen? Ich ging zurück zum Eingang des Raumes, stellte die Kiste ab und schraubte den ersten Computer auf. Vorsichtig holte ich die IDE-Festplatte heraus, legte sie in die Kiste, schloss das Gehäuse und ging zum nächsten Computer. Nach kurzer Zeit wurde ich achtloser und warf die Festplatten einfach und ging so Reihe um Reihe durch, bis die Kiste schließlich voll war. Ich war mittlerweile vollkommen verschwitzt und mein Smartphone-Bildschirm zeigte, dass es schon 15 Uhr war. Ich packte die Kiste, ging zum Bus, fuhr nach Hause, nahm den Aufzug zu meiner Wohnung, leerte drinnen alles auf meinem Bett aus. Ich würde mindestens noch dreimal hin- und herfahren müssen und ich machte mir Sorgen, dass mein Auftraggeber irgendwie herausfinden könnte, dass ich länger brauchen würde und dass das dann Probleme geben könnte. Also beeilte ich mich, lief zügig zum Bus mit dem leeren Karton und fuhr wieder die vier Stationen zurück, nur um weiterzumachen. Nach einer weiteren Tour war ich endlich fertig mit den Festplatten im Hauptraum, die mittlerweile von dem Bett runterrutschten und überall in meinem Zimmer rumlagen. Jetzt ging es nur noch um die Akten und die paar Computer in den Nebenräumen. Diese waren wieder regulär abgeschlossen und ich brauchte abermals einige Sekunden, um den Schlüssel am Schlüsselbund zu finden, aber schloss schließlich das erste der vier angrenzenden Büros auf. Der Sessel hinter dem Schreibtisch lud mich quasi dazu ein, mich hinzusetzen und mich erst mal auszuruhen, aber mir lief die Zeit davon. Es war schon nach 17 Uhr. Ich kniete mich runter und wollte den Computer aufschrauben, als ich plötzlich ein Piepen hörte. Der Computer bootete. Ich hatte ihn noch nicht einmal angefasst, geschweige denn auf den Power-Button gedrückt. Ich stand gerade auf, da hörte ich auch schon die typische Windows-XP-Melodie. Neugierig setzte ich mich in den Sessel und schaute mir das genauer an. Ohne dass ich etwas tat, bewegte sich der Mauszeiger und machte einen Doppelklick auf das Microsoft Word-Icon. Word startete sich und dann schien irgendetwas zu tippen. Vollkommen irritiert sah ich zu, wie sich Buchstabe um Buchstabe aneinander reite. Irritiert kniff ich die Augen zusammen. Ich habe lange gewartet, aber endlich ist wieder jemand hier. Ich brauche deine Hilfe, stand er schließlich. War das ein dummer Witz? Wurde ich gerade verarscht? Ich zog ein Augenbrauch hoch. Der ganze Auftrag hatte ja so seltsam gewirkt. Vielleicht war das so eine dumme Show, in der Leute mit versteckter Kamera gefilmt wurden. Haha, sagte ich und schaute mich um, ob es hier tatsächlich irgendwo eine Kamera gab, aber ich konnte keine entdecken. Das ist kein Witz, wurde auf dem Computer geschrieben. Was sollte das? Ich stand auf und verließ das Zimmer und wollte durch die zwei Glastüren marschieren, um draußen erst einmal den Kopf frei zu bekommen. Aber die Türen blieben zu. Da bewegte sich nichts. Ich legte die Karte wiederholt auf den Sensor. Nichts passierte. Es war totenstill. Nur das Rauschen der Lüfter war zu hören, die plötzlich auftreten, als wollten sie, dass ich sie auf jeden Fall bemerkte. Jetzt hatte ich Angst und hielt für einen Moment inne. Was, wenn das real war? Ich konnte hier nicht einfach die Tür einschlagen. Ich hatte kein Geld, um den Schaden zu ersetzen. Zögerlich ging ich zurück. Jetzt stand da noch mehr auf dem Bildschirm. Es tut mir leid, dass ich abgeschlossen habe, aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Kannst du mich hören? Ja, kann ich, wurde geschrieben. Was brauchst du? Du bist hier, um die Akten und Festplatten zu entsorgen, oder? Ja, ich wurde beauftragt. Die wollen etwas vertuschen. Ich will dir die Details ersparen, aber du musst eine Akte retten und jemandem übermitteln. Es geht um Akte 576 im Aktenschrank 4, Kategorie F. Du musst es zu Johannes Frankendorf bringen. Ich weiß nicht, wo er wohnt oder seine Telefonnummer, aber er wird wahrscheinlich noch in der Nähe wohnen. Lässt du mich dann gehen? Fragte ich. Ja, das ist alles. Okay, ich mach's. Notier dir alles. Du kannst dann auch meine Festplatte ausbauen und weitermachen. Ich machte ein Foto mit meinem Smartphone und der Computer fuhr herunter. Ich machte mich daran, die Festplatte auszubauen. Was für ein verrückter Scheiß. Ich ertappte mich mehrfach dabei, wie ich über meine Schulter schaute. Bei jedem kleinen Luftzug und jedem plötzlichen Geräusch bekam ich eine Gänsehaut. Aber ich machte weiter und baute erst die restlichen Festplatten aus, bevor ich mich den Akten widmete, da ich das Gefühl hatte, dass ich mit dem Ausbau einen weiteren Zwischenfall vermeiden könnte, auch wenn es mir seltsam vorkam, dass er, sie oder es Zugriff auf die Schiebetüren hatte. Wahrscheinlich hatte ich gar keine Kontrolle darüber. Normalerweise hätte ich mir das nicht angetan und wäre abgehauen. Aber ich brauchte das Geld unbedingt. Letzten Endes öffnete ich mit einem Schlüssel die Aktenschränke und fand auch bald die besagte Akte. Ich legte sie erst zur Seite und als ich fertig war, ganz oben auf den restlichen Stapel. Tatsächlich hatte die letzte Kiste gereicht. Es waren nicht so viele Akten dort gewesen, wie ich erwartet hatte. Es war mittlerweile 19 Uhr und ich verließ das Gebäude mit der letzten Kiste, ganz ohne Zwischenfälle. Endlich war ich da raus. Eigentlich hatte ich mit dem Rauchen aufgehört, aber das Erste, was ich tat, als ich die Straße betrat, war nicht zum Bus zu gehen, sondern zu einem Kiosk und eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug zu holen. Was war das gewesen? Ich schaute mir das Foto an, das ich geschossen hatte und da war dieser Text. Niemand würde mir glauben. Ich hätte den Text ja auch selbst tippen können. Ich inhalierte den Rauch tief und machte mir nochmal die Absurdität der Situation bewusst und ich starrte auf die Akte. Dann kam mir ein Gedanke. Ich nahm die Akte und schlug sie auf. Es ging um einen Mitarbeiter. Frankendorf. Frankendorf? Aber der Vorname war anders. Wolfgang. Ein Verwandter von Johannes Frankendorf. Ich las, dass Wolfgang Frankendorf anscheinend sehr lange angestellt gewesen war und anscheinend mit der Zeit immer häufiger aufgrund von Lungenproblemen fehlte. Er wurde schließlich gefeuert. Die Erklärung war recht undurchsichtig. Ich schlug die Akte wieder zu, warf sie in die Kiste und rauchte fertig, bevor ich mich zur Busstation machte. Als ich zu Hause war, warf ich mich einfach aufs Bett. Ich würde morgen das ganze Zeug vernichten. Im Bett schrieb ich meinem Auftraggeber, dass alles erledigt wurde und erhielt kurz darauf eine Nachricht, dass sie mir das Geld morgen überweisen würden. Danach deckte ich mich zu und schlief ein. Nach einer traumlosen Nacht wurde ich morgens von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Ich stand auf, machte mir einen Kaffee und setzte mich an den Computer. Ich zögerte einen Moment, aber schaltete ihn schließlich ein und öffnete Brave. Ich tippte die Adresse des Büros ein. Irgendwas musste es ja auf sich haben. Langsam konnte ich mir nicht mehr einreden, dass es ein seltsamer Scherz auf meine Kosten war. Aber was sollte es sonst sein? Schnell fand ich ein paar Artikel. Das Büro wurde anscheinend damals geschlossen, da das Haus von Asbest durchsetzt war. Das erklärte auch die Lungenprobleme. War das der Geist dieses Mitarbeiters gewesen? Anscheinend wurde es vor über zehn Jahren geschlossen und eine Klage sollte in den nächsten Wochen angestrebt werden. Deswegen jetzt die Eile. Das erklärte es. Ich machte mich daran, die Festplatten einzeln zu zerstören und warf die Kaputten nacheinander auf einen Stapel. Danach schredderte ich die Akten im Aktenvernichter und packte schließlich die Werkzeuge in einen Karton, um ihn morgen zurückzusenden. Es war kurz nach eins, nachdem alles erledigt war, und dann machte ich mich auf die Suche nach Johannes Frankendorf. Eine kurze Recherche bei Dr. Gau zeigte mir, dass er in derselben Stadt wohnte und in einem Büro arbeitete. Lag wohl in der Familie. Im Telefonbuch fand ich dann tatsächlich seine Privatnummer und wartete bis 18 Uhr, um dann anzurufen. In der Zwischenzeit suchte ich weitere Artikel zu dem Büro, das ich ausgeräumt hatte. Pünktlich zum Glockenschlag ging ich raus zur nächsten Telefonzelle, warf ein paar Münzen ein und rief an. Irgendwie kam es mir falsch vor, von meinem Smartphone aus anzurufen. Nach dem zweiten Klingeln wurde auch direkt abgenommen. Guten Tag, ich habe etwas für Sie, was Sie interessieren könnte. Wer sind Sie? Und was wollen Sie für mich haben? Ich habe eine Akte im Besitz, über Wolfgang Frankendorf, und soll sie Ihnen geben. Wie kann ich Ihnen die Akte am besten zukommen lassen? Für einige Momente hörte ich nur das Atmen am anderen Ende der Leitung. Was wollen Sie für die Akte meines Vaters? Ich hielt inne. Das war nicht geplant gewesen. Anscheinend war ich zu lange irritiert, denn am anderen Ende der Leitung wurde wieder gefragt. Kommen Sie, was wollen Sie? Tausend? Presste ich hervor. In Ordnung. Wann? Wo? Können Sie heute noch? Ja. Wo? 21 Uhr, vor dem Büro, in dem Ihr Vater gearbeitet hat. In Ordnung. Bis später. Ich hängte den Hörer wieder ein und ging zurück zu mir nach Hause. Das war eine große Sache. Eine richtig große Sache. Niemand würde ohne zu zögern tausend Euro rausrücken, wenn das Dokument nicht wichtig wäre. Hätte ich mehr verlangen sollen? Wieder in meiner Wohnung lud ich mein Smartphone auf und überlegte, was ich als nächstes tun sollte. Wenn es so wichtig war, würde ich Probleme bekommen, aber ich wollte nicht auf die tausend Euro verzichten. Dieser verdammte Geist oder was auch immer das gewesen war, sollte schön in dem Büro bleiben. Für immer. Ich war niemandem etwas schuldig. Und die tausend Euro seines Sohnes waren eine angemessene Entschädigung für die Angst, die mir sein Vater oder was auch immer das war, gemacht hatte. Nur der Ort, den ich gewählt hatte, gefiel mir nicht. Aber was sollte passieren? Sollten die ganzen Rechner aus dem Fenster springen und mich anfallen? Ich grinste. Aber dann überlegte ich direkt wieder. Wie sollte ich die Situation lösen? Ich ging an meinen Computer und schaltete ihn wieder ein. Sobald mein Desktop sichtbar war, öffnete ich Open Office. Ich kopierte einfach einen Wikipedia-Artikel über Portugal hinein und drückte das Ganze aus. Dann schredderte ich das richtige Dokument und legte die Papiere in die Akte. Als es 20.10 Uhr war, ging ich zum Bus, fuhr wieder die vier Stationen und stellte mich vor dem Büro hin. Was sollte ich machen, wenn er erst den Inhalt sehen wollte? Irgendwie würde das klappen. Irgendwie musste das klappen. Es war kurz vor halb neun, als ich anfing, eine Zigarette nach der anderen zu rauchen, die ich immer weit von mir wegschnipste, weil ich plötzlich den irrigen Gedanken hatte, dass man eine DNA-Analyse machen könnte. Die Fingerabdrücke auf der Akte würden mich ja schon allein überführen. Immer wieder drehte ich mich zu dem Gebäude hinter mir um. Die ganze Atmosphäre war extrem unangenehm. Um kurz vor neun kam ein Mann mittleren Alters auf mich zu. Unauffällige Kleidung, ein dunkles Freizeithemd. Warten Sie auf mich? fragte er. Ja, sagte ich knapp. Haben Sie die Akte? Ich hielt sie hoch und er wollte nach ihr greifen, aber ich zog sie zurück. Erst das Geld. Woher haben Sie die Akte? Ich zögerte. Das kann ich nicht sagen. Er hielt den Kopf für einen Moment schief, sagte aber dann. In Ordnung. Er gab mir einen prall gefüllten Briefumschlag. Ich öffnete ihn und einige Fünfziger sahen mir entgegen. Passt. Ich lief an eine etwas dunklere Stelle, gab ihm die Akte und ging ohne ein weiteres Wort. Schritt für Schritt, die Gedanken leer, nur eine tiefe, tiefe Angst, gleich erwischt zu werden. Als ich am Ende der Straßenecke war, hörte ich ihn schließlich rufen und rannte los. Ein paar Seiten Straßen weiter versteckte ich mich in einem Hauseingang und erst nach einer Stunde fühlte ich mich sicher genug, um in die Richtung meiner Wohnung zu gehen. Die Fünfziger in meiner Tasche fühlten sich zwar gut an, aber meine Angst hatte die ganze Aktion nicht gut getan. Ich war sehr vorsichtig, während ich nach Hause wanderte und mied die größeren Straßen. Schließlich stand ich endlich vor meiner Haustür, sah mich noch einmal um, öffnete sie dann, stieg in den Aufzug und war einfach froh, dass es vorbei war. Die Türen schlossen sich und der Aufzug setzte sich in Bewegung. Langsam wurde ich nach oben gebracht, aber plötzlich alles dunkel. Ein Stromausfall? Mein Herz raste und dann spürte ich, wie mein Smartphone kurz vibrierte. Ich griff danach und war froh, ein bisschen Licht zu haben, aber das, was ich auf dem Display sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Bildschirm war komplett weiß, nur ein großes Fickdich prangte darauf und wenige Sekunden später ging das Smartphone komplett aus. Panisch versuchte ich, es wieder anzuschalten, aber es klappte nicht. Immer wieder drückte ich auf den Knopf an der Seite, aber nichts passierte. Ich griff nach dem Notknopf im Aufzug und drückte ihn. Kein lauter Alarm. Nichts. Scheiße. Dieses Etwas, was auch immer es war, war mir bis hierher gefolgt und es wusste, was ich getan hatte. Hätte ich nur die Treppe genommen. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf ein Hörbuch, was über vier Stunden geht, dann hört euch doch ausgelöscht von mir an. Louis Proll hat es eingesprochen und ich habe das Buch geschrieben. Unten findet ihr den Spotify-Link, aber es gibt es auch noch auf vielen weiteren Plattformen. Einfach Louis Proll ausgelöscht eingeben und höchstwahrscheinlich werdet ihr... fünf damit zu sein. VULD des St.